Guten Abend, willkommen zum Magazin. Wenn Sie noch mal planen, rauszugehen, dann dieses Wochenende, denn es soll ja noch mal richtig schön werden. Dass aber auch ein gemütlicher Besuch im Biergarten nicht immer Grund zur Freude ist, das muss unser Imbisstester Harry Schulz heute in Hamburg erfahren. Wer an diesem Sommerwochenende keine Lust auf überfüllte Freibäder hat, der sollte jetzt ganz genau aufpassen. Wir haben Wasserrutschen und Minipools für den eigenen Garten getestet. Und gleich, der dunkle Recher mit dem Fledermaus oben hat wieder zugeschlagen. Das verraten wir Ihnen gleich. Davor spielen wir Super-Zoom. Verraten Sie uns heute, was ist denn das hier? Das wissen Sie und das brauchen Sie am Wochenende hoffentlich auch. Hier unten sehen Sie die Telefonnummern, rufen Sie ganz schnell an. Ich drücke die Daumen, dass es klappt. Und das könnte Ihr Preis sein. Willkommen zurück zum Magazin. Ich habe mir sagen lassen, jetzt kommen gleich weiße Löwenbabys. Und die sind ganz, ganz, ganz süß. Und ich durfte sie mir nicht vorher angucken. Dafür aber jetzt. Das war es von uns diese Woche. Am Montag sehen wir uns wieder. Bis dahin ein ganz fabelhaftes Wochenende. Und jetzt ganz viel Spaß bei K11. Tschüss.